Der Fall Snowden spielen offenbar im Zusammenhang mit diesem Fall, haben heute in den USA zwei E-Mail-Anbieter ihre Dienste eingestellt. Warum ist das so, Stefan Niemann in Washington? Wie hängt das zusammen? Ja, es geht vor allem um die Firma LavaBit. Das ist ein texanisches Unternehmen, ein Dienstleister, der seinen über 400.000 Kunden Verschlüsselung von E-Mails anbietet. Das nutzen vor allem Wirtschaftsunternehmen, um ihre Geheimnisse zu sichern. Dieses Unternehmen ist aber auch genutzt worden, mutmaßlich von Edward Snowden, um die gestohlenen Daten eben sicher weiter zu transportieren. Das hat dem US-Geheimdienst überhaupt nicht gefallen. Und offenbar haben die den Besitzer von LavaBit so unter Druck gesetzt und so massiv bedroht, dass er nun aufgibt und seine Firma dicht macht, die er zehn Jahre lang betrieben hat. Und dann hat eine zweite Firma, die Firma Silent Circle, die auch verschlüsselte E-Mail-Dienste anbietet, freiwillig aufgegeben. Das zeigt, wie massiv der Druck jetzt ist auf US-Unternehmen, die eben diese Verschlüsselungen für Privatkunden und Geschäftskunden anbieten. US-Präsident Obama startet demnächst in seinen Sommerurlaub. Heute will er noch einmal vor die Presse treten. Was ist da zu erwarten? Worte zu Snowden? Ja, er wird zu Snowden mit Sicherheit noch einmal Stellung nehmen und auch zum damit zusammenhängenden schlechten Verhältnis zu Russland im Moment. Es wird sicherlich auch noch einmal um die Aktivitäten des NSA gehen. Der Präsident wirkte ein wenig ohnmächtig und unbeteiligt in den letzten Tagen und will vor dem Urlaub offenbar noch einmal in die Offensive gehen. Er war auch kritisiert worden, dass er der kritischen Hauptstadtpresse aus dem Weg gegangen ist. Deswegen stellt er sich noch einmal um etwa 21 Uhr deutscher Zeit. Das wird mit Spannung erwartet. Stefan Niemann, vielen Dank.